Salud und willkommen zu eurem Minecraft Apollo, hier auf meinem Kanal, jo mei, ist gut gewünscht, der Apollo. So Leute, heute wollten wir nämlich was cooles machen und davor will ich noch sagen, vorige Folge haben wir, waren wir bei Hyperion und Goalie benutzt schon wieder seine Fähigkeit, waren wir nämlich bei so einem Gott, der war in so einem ägyptischen Grab, so umdenkmal rechts oben beim I ausstecken, in so einem Grab oder so, da war Hyperion drinnen, der war anscheinend der Gott der Sonne, denke ich, oder so, also Gott der Sonne und ich habe Kommentare schon geschrieben, aber ich bin ein bisschen ihn vorproduzieren, also habe ich es noch nicht gelesen und ich lese unbedingt nächste Folge, ja. Und genau, heute haben wir nämlich nämlich eine richtig coole Dings hier, eine richtig coole, ne, das war gestern, ja, also gestern habe ich Tops getrollt, ja, nicht, war, ist auch gestern auf Tops im Kanal eine Folge hochgeladen geworden von Tops, äh, da war Tops bei mir, ja, und, äh, ich habe Tops nämlich getrollt, ja, ähm, aber ich werde das, äh, in Mitte des Videos so auf, äh, auflösen, also schau unbedingt das Video komplett ganz, dann, äh, zeige ich, wie ich den genau getrollt habe und, äh, ich kann mal nachher einblenden auch, wie ich den getrollt habe, aber davor wollte ich hier noch, äh, was erwähnen, zum, äh, nämlich, wollte ich erwähnen, dass ihr nämlich, äh, jetzt Pakete oder Geschenke zu mir schicken könnt, ja, also ihr braucht einfach nur einen Brief, ihr könnt auch Briefe also schicken, irgendein Text, irgendwas könnt ihr einfach mir schicken, am besten keine Süßigkeiten, weil Süßigkeiten sind am Weg von Deutschland, wo ihr auch wohnt, bist du in Österreich, sind wahrscheinlich, äh, nicht mehr gut, die kann man nicht mehr essen und, ja, also lieber keine, äh, Süßigkeiten schicken und, äh, ja, genau so ein Paket müsst ihr nehmen, ähm, ihr gebt irgendeine Sache rein, könnt irgendwie Geschenke, ein Kaktus, naja, guck, ein Kaktus ist vielleicht blöd, keine Pflanzen oder so, aber so ein Mini-Kaktus könnt ihr reinpacken, wir machen auch demnächst ein Unboxing, ja, also schaltet da unbedingt auch ein und, ja, Leute, also wie gesagt, hier ist die Adresse, also ihr könnt jetzt das Video stoppen und hier die Adresse abschreiben, in der Beschreibung ist ordentlich alles noch, äh, verlinkt und alles, äh, reingepostet und so, schon unbedingt in die Beschreibung, jo, mei, und, äh, so, zuerst wollten wir mal, äh, Park-Waisel-Reduce machen, Park-Waisel-Di-Maisel-Daisel, nämlich haben wir Töte deine Mitspiel-Mindad-Falle, hab ich, Leute, ja, aber ich zeig das erst später, ähm, weil ich zuerst noch ein paar Quästchen machen will, und, Leute, es ist einfach mega, mega nice hier, und warum bin ich unsichtbar, wunscherweise, hab ich unsichtbar, jetzt bin ich nicht mehr unsichtbar, nämlich hab ich hier den guten alten Dopsch gekillt und das erklär ich, wie gesagt, später, und, äh, so, nämlich wollt ihr auch noch schauen, weil wir haben richtig viele Dings, äh, richtig viele Quests eigentlich schon erledigt, äh, wo ich eigentlich auch noch schauen will, so, äh, hier gibt es auch den Wui, den hab ich eigentlich gecraftet, ne, warte mal, den hat mir nämlich, äh, Dings gegeben, Goldie, äh, weil er, die, die, äh, er hat irgendwie meinen alten Hängkleider irgendwie gegessen und den irgendwie ausgespuckt, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich muss den unbedingt doch demnächst craften, also die Quest erfülle ich ja, jo, mein Anfänger. Erreicher Level 10 in For Raging, also natürlich, äh, hab ich noch nicht, für Ozeantempel, äh, Dings haben wir gerade schon wieder, ähm, äh, Glück gegeben, für einen, äh, großen Dungeon, ich weiß nicht genau, wo ein großer Dungeon ist, wir können vielleicht nachher Mining gehen oder so, für, äh, für Sammel 10 Crystal Flowers, kann ich vielleicht demnächst schauen, was gibt's hier, öffnen mindestens 10 Boxen in einer Sitzung, hab ich natürlich schon, äh, äh, wer das Unboxing nicht gesehen hat, zwar vor zwei Folgen, denk ich, vor drei, zwei, glaub ich, äh, mal schauen, mal schauen, äh, wie gesagt, einfach auch, äh, auf einen Kanal gehen, auf die Playlist, äh, Kanal, nach runter scrollen, irgendwann kommt die Apollo Playlist, da könnt ihr natürlich, äh, nachschauen in irgendeiner Folge, ich glaub, Folge 37, 36, 37, irgendeine, äh, Apollo-Folge, hab ich nämlich der große Unboxing gemacht, so, ähm, nehm ich, Leute, Jackpot, erhalte deine Waffe aus dem Totem, hab ich auch schon, und ich krieg dafür drei Totems, Leute, oh mein Gott, okay, warte mal, sah, ich hab jetzt richtig viele Totems, warte mal, äh, drei Totems, und ich hab, oh mein Gott, ich hab richtig viele Items bekommen, ich muss mal die ganze Quest erledigen, ja, wenn ich bekomme, ich hab schon 500 Dollar schon wieder, ähm, was gibt's hier, ob ich nur mindestens 15 Boxen in einer, äh, in einer Sitzung, hab ich das schon, ich kann mal kurz, äh, nachsehen, äh, ob ich das schon hab, ja, Leute, ich bin da oben, 10 Boxen ist da nämlich gestanden, 10, äh, 15 Boxen hier, und ich hab natürlich Boxen, hab ich insgesamt, ich hab da kurz Totems, aber das haben wir natürlich insgesamt, müssen wir, glaub ich, sagen wir, nächste Folge, ähm, sagen wir, nächste Folge, weil, genau, Leute, äh, das wollte ich auch noch erwähnen, nämlich kommt am Samstag, äh, nicht am Samstag, am Freitag, den, äh, Freitag, den, ähm, am Freitag, den 14., äh, 14. Februar, äh, kommt nämlich ein, äh, Apollo-Leistream, also, äh, seid unbedingt dabei, und dann, äh, verpasst ihr nichts, weil, da gehen wir wahrscheinlich meinen, und geben wir, Julian, naja, äh, äh, Julian oder mei, kann man, gibt's nicht Apollo-Stream, also, schalten unbedingt ein, jo, nice, so, ähm, es gibt's hier, Legendary, erhalte ein legendäres, alten Goldene Name aus einer Box, Goldene Name ist kein Goldene Name, aber immerhin, wir haben schon richtig viel, wir haben schon richtig viel Totes schon wieder, muss unbedingt mal demnächst wieder ein Unboxing machen, äh, Unboxing-Ding, Unboxery-Doxy, so, es gibt's hier noch, ich muss unbedingt mal schauen, weil, hier gibt's halt mega viel, ich weiß, ähm, es gibt's hier, verzauerte Rüstung komplett, kann ich mir noch Rüstung komplett verzaubern? Ich muss hier mal wieder abdingsen, warte mal, hier ging das ja irgendwie, äh, hat's Toops gesagt, ähm, warte mal, äh, und Flo, die haben alle gesagt, weil ich hab die gefragt, ob's irgendwie vergeht, aber kann man da Rüstung auch, Dings ist die Frage, Diamanten bräuchte er, glaube ich, das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich alles direkt, ähm, Dingsen kann, ob ich alles direkt, äh, Upleveln kann, ne, es geht nicht, das ist, äh, es ist ein Scam, es ist ein Scam, ich glaub, das geht doch noch ein Package, ist irgendwas drin in dem Package? Tatsache, es ist einfach Render, äh, Brainpuff, und ich sehe auch was drin, ne, cool, äh, cooles Paket hier, ähm, ja, ich muss schauen, dass ich unbedingt demnächst einfach mein neues, äh, T-Shirt, äh, mein neues, äh, mein neues, äh, Dun & Chessplay hier mache, und, äh, ja, was gibt's hier noch für Quests, Leute? Minecraft, Quessery-Duty, Blinder in großen Dungeon, gibt's hier unten noch irgendwas, äh, Wohltitel, gemeinnütziges Spawn, könnt ihr auch mal, wie gesagt, alles hier, äh, reinschreiben, für die 1000 Doodle Shops, ich weiß nicht, klar, ne, das hab ich, glaub ich, noch nicht ganz, aber fast hier, Hoch von Töl, Schiss, ein Block für Mitspieler, muss ich unbedingt mal demnächst machen, Kanaltausch, also einem Mitspieler den Erfolgenerfang machen, kann man auch machen, Schwerverdiener, so, was gibt's hier drüben noch, ähm, äh, Doppelfalle, baue zusammen mit einem Spieler einen anderen Spieler eine Falle, stimmt, Leute, das muss ich auch noch machen, in einem anderen Spiel in der Falle, Antikes Wunderwerk, ja, das sind immer noch das, hey, sehr richtet ein Nether-Portal-G und Unterwelt, muss ich auch demnächst machen, ähm, was gibt's hier noch, egal, mega, diga, Weltreise, findet Schneebium, stimmt, wir waren ja letztens erkunden, aber ich hab wirklich ein Schneebium gefunden, es war halt noch ganz immer dasselbe, deswegen hab ich das mehr oder weniger auch rausgekattet, hab ich aufgenommen, gestalte eine automatische Ressourcen-Farm, wie genau, also ich hatte, ich glaub, das zählt, weil ich hatte ja eigentlich einen Dings, weil ich hatte, äh, nicht wirklich eine, eine Ressourcen-Farm, aber ich hab, hab Schnitzel praktisch automatisch gemacht, also ich glaub, das zählt hier, jo, nice up, ähm, so, warte, die Box, gib mir wieder rein, so, ähm, was gibt's hier noch, äh, weil ich muss halt unbedingt mal schauen, dass ich ja alles, äh, Dings, Trolling, antikes Wunderwerk, äh, heiß, was ist hier unten, was ist das? Jäger, okay, Jäger muss ich auch noch schauen, weil, ups, jetzt bin ich wieder, hab ich wieder rausgegangen, ähm, jetzt gibt's hier noch, geht's halt immer weiter, gell, Verzauberer, Magie, muss unbedingt schauen, dass ich auch demnächst Wahlkampf-Dings mach, weil hier ist auch ein Dings, ich mach Wahlkampf-Pakate, äh, Multitalent, erreicht Level 10, in, ein, in mindestens 3 Skills, hab ich natürlich auch noch nicht, Oh, mei, das Event, nicht mal Polyventile, kann man, was du siehst, Skiller, Rechenlevel 30, habe ich leider auch nicht, aber ich glaube, ich geh jetzt erstmal runter, kaufe ein paar Chunks, oder, ich glaube, ich mach das nächste Folge, äh, genau, nämlich, wollte ich jetzt, nämlich heute noch, ähm, ein paar Plakate aufhängen, äh, bezüglich den, äh, Dings, ja, hier hab ich nicht die Plakate drinnen, ich wollte hier ein paar, äh, Plakate, äh, aufhängen, das ist Apollo Casino, in meinen, Dings, hier, äh, also Apollo, wie heißt das, Apollo Casino hier, äh, wirklich, dass jeder teilnimmt und jeder gewinnen macht, ja, deswegen mach ich hier richtig viele, äh, Plakate, ja, dass jeder weiß, dass ich der Beste bin und dass jeder hier, äh, gute Dings, äh, so, das Kaktus Casino geöffnet, so, ähm, ja, am besten jeden hier vom Dings und, äh, danke fürs Speed, äh, jeden hier am besten vor dem, äh, warte mal, okay, das ist ein bisschen blöd, äh, am besten hier, warte mal, wo kann ich es hier hinplacen, hier vielleicht, Apollo Casino, das wirklich jeder sieht, das Kaktus Casino, so, äh, ba-ba-ba-bum, äh, so, und wie findet ihr eigentlich mein Dings hier, meinen guten, alten, neuen Dings-Teil, ähm, so, ich mach das hier überall einfach, und, äh, genau, ich wollte jetzt eigentlich noch sagen, hier nämlich, äh, wenn ich jetzt, äh, so, mach, hier ist Wilderness, hier kann euch was platzieren, so, äh, nämlich, äh, war das vorige Folge, das wollte ich jetzt, jetzt nämlich noch ansprechen, äh, war Folge Folge, also nicht vorige Folge, eigentlich gestern, ich plane jetzt hier mal gleich ein Dings ein, ich war gestern, Tob's bei mir, ja, also in seiner Folge, und ich hab Tob's getrollt, äh, das war nicht so ein richtig cool Fall, ich hab den Niedel abgebaut, aber, äh, ich kann euch mal hier was einblenden, und, äh, da seht ihr, wie ich Tob's getrollt hab, so, Leute, äh, Tob's kommt ja gleich rüber, und, äh, genau, äh, ich will nämlich pranken, und, äh, wie erwähnt gerade, im vorigen Dings, es ist nämlich heute Dienstag, und ich muss ein bisschen leiser sein, also leiser sein eigentlich nicht, aber, Tob's kommt ja gleich rüber, und hier haben ein Prank, wie gerade im Video schon erklärt, und, da vorne ist Goldie, hi, äh, so Goldie, okay, ich hoffe, wir kriegen ihn down, bingo, äh, hi, wo bist du denn, weil ich fühl, ich fühl dich am besten hier gleich, ganz, oh, äh, ganz unten, ist nämlich mein, äh, Dings hier Raum, mein, äh, Hauptraum, wo alles ist eigentlich, und hier ist, hier ist ein toller Typ, der ein guter Sehender Typ, äh, mit den, mit den Dings, ja, und jetzt irgendwie mein Vieh, äh, Goldie mit Wasser, und mit Lava gespielt kann, richtig komisch, äh, okay, ah, doof, hallo, haue, doofs, doofs LP, da haue, doofs, 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 ha, hau zu, hau zu make it, dings, wo bist du denn gespawnt, bist du spawned, wo bist du denn, doofs, so Leute, nämlich, ähm, ist es richtig cool, voll, also ich hab ihn gekillt, aber er hat mich zweimal gekillt, ja, macht er Schaden, macht er Schaden, doofs, 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 wir sind quits, doofs, deswegen wollte ich hier auch noch Flo schreiben, ja, er hat mich gekillt, deswegen wollte ich Flo schreiben, ähm, warte mal, wo geht das hier, ähm, ich wollte Flo schreiben, dass er sich mit mich verbinden soll, hey, äh, äh, hey, lieber Flo, ähm, äh, to, äh, to, äh, to, äh, to, äh, hat mir, in Klammern Julian, ähm, es, äh, hat, äh, hat mich, in Klammern Julian, schon wieder, grundlos, zweimal, äh, getötet, ähm, daher möchte, ich dich, äh, ich dich fragen, ob du mit mir etwas gegen Tops vornehmen möchtest, so Leute, nämlich, jetzt kommt die ultimative Idee, ähm, ich hätte da eine Idee, ähm, sie würde, äh, lauten, da, äh, sie würde, äh, wenn man heißt sie ist, also, ähm, die Idee wäre, dass, äh, wir gemeinsam, äh, was wir gemeinsam, Tops, äh, Tops, Gebiet, äh, Gebiet, Klammern, und, darauf, Leute, und darauf, eine, äh, Riesen, äh, und, und, vor sein, seiner, vor seiner Burg, eine, eine, Riesen, und mit, Riesen, meine ich, meine ich, wirklich, Riesen, äh, äh, Mauer, äh, äh, wenn ich wirklich, äh, äh, eine Riesen, und mit Riesen, meine ich wirklich, eine, eine, Riesen, Leute, äh, Mauer, bauen, äh, äh, Klammern und, bauen, ja, genau, ähm, falls du Interesse hast, sende mir doch einen Brief, LG Julian, also, LG bei Strich Julian, was lege ich hier rein, was kann ich reinlegen, ich kann, äh, ein Herz reinlegen, ja, äh, Username, Chaos245, Subject, äh, äh, wir müssen etwas unternehmen, so, ähm, Cent und, Cent, du Chaos244, so, äh, nämlich wollte ich jetzt auch noch, zu Topz gehen, äh, so, ich bin jetzt Richtung Topz, also, ich schrei mal Topz, äh, Topz, ähm, ich komm mal rüber, so, ähm, nämlich, äh, warte, ich komm mal rüber, was ist das, ist ein Baum hier infiziert worden, kann man was ist, okay, du Uglo, alles klar, ich glaub, der meint Iglo, ähm, hier ist irgendein Portal, keine Ahnung was mit dem ist, alles klar, also ich dachte schon, wär so ein Kakao-Hoffen, Jummei, was ist das, hier ist so eine, Riesenstatue, Hi Topz, ähm, äh, hallo, hallo Topz, hat genau gelegt, wo du grad zu mir geschaut hast, oh, umleckt sie so, äh, Burg, Ziegelstein, äh, Topz, Loki, Bingo, Mip, wer ist Mip, ist es denn, ist es der, der Mietbewohner, ich kenn Mip nicht, was hier passiert, ist hier mit you eingeschlagen? Ja, das ist, nein, hast du das Portal da hinten gesehen? Äh, ja, was mit dem Portal? Ja, das ist ein Schweine, das waren die Schweine, Menschen, so, was für ein Schweine, kurze Geschichte, äh, hab ich eh gesehen, Schwein, die Hölle los, die Hölle, ich hab noch kein Nether Portal, ich war halt neulich in der Nether, also, hier, das kenn ich, glaub ich eh schon, ist irgendwas neu oder so? Und dann, ist, ist ein, 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 ja genau, dein Aufzug ist immer noch, okay, ein Aufzug ist immer noch ganz normal, dann traut es sein? LoL, sieht ja richtig cool aus eigentlich, gell? LoL, was ist das für ein Block? Ja, das ist sofort ein Architekt-Craft und so weiter. Das ist richtig 3D aus. LoL, die Küche hier ist nice. Ja, aber cool. Ja, ich wollte mir eigentlich nur so so machen, aber, hm, ich kann nicht rechts klicken, Tobes, ich kann nicht rechts klicken, ich kann nicht rechts klicken. ich hab auch kein Bettesaufschlitzel im Bett gemacht. Ja, Tobes, bin ja auch nicht so. Was ist das hier? Aussichtdings? Das hier ist nur so eine Aussicht, hier haben wir so einen Möbelraum. Möbelraum eigentlich. Ja, also eher Möbelraum, wenn ich eher... Was hier? Fanart oder... Ein Bad? Ein Bad, okay. Ja, da will ich noch was machen. Also ein Badezimmer, wenn es so... Ja, ein Badezimmer. Also ich hab ein Bad, also ein Bad, ein Gesichtsbad. Achso, euer Gesichtsbad. Hier kommt mehr oder weniger später ein Turm hin. Achso, da haben wir schon gedacht, haben wir schon gedacht, ob das ein Portal ist oder so von der Seite. Nee, und dann ist hier eine Bibliothek, oder? Ja, LoL. Das ist von oben so nice, ist das wie so ein alter Dings, ja? Ist das hier? Aller Coolster ist einfach das hier. Das ist hier. Guck mal, guck mal zum Lagerfeuer. All All All. Will ich reingehen? Das ist das hier? All All All. Also ich dachte, ich dachte, dass wenn ich mir chest oder so, All All All. Zu an. Das hier ist ein Zauberraum. Jetzt hier macht die Knopf hier. Ha? Du macht die Knopf hier. Hier. Damit kannst du sozusagen oben zu machen. Dann machst du oben, machst du zu und dann können die Leute von oben nicht... Oh. Ja. Gut gemacht. Das eine, das eine Feuersitz weg. Und was gibt es noch? Hier sind ganz so Fanarts. Äh. Richtig cool. So ein Gang. Sag, du hast irgendwie, äh, blablabla. Hier ist der Essensraum. Komm mal, ja? Also das ist Essensraum. Es gibt keinen Fanart. All 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 All. Die Stühle sind hier cool aus. Ja, der kann sich auch wirklich draufsetzen. Wirklich? Ja, du kannst dich hier draufsetzen. ich kann ich nicht. Doch, mit Westli. Also, es ist geklaamt, glaube ich. Ja, weil es geklaamt ist. Die Fanart, das Fanart, das Fanart-Signal. Das ist das. Das ist das. Das ist die Monatops. Ja. Ja, ist... Wer ist das? Das ist mich. Das hier, der, der, der... Ist das wie du in real life nur in Minecraft? Nein. Wo ist der? Das ist einfach nur Dingensens. Äh, hier hinten. Ist es wirklich ein Typ oder ist es nur irgendein, äh, Charakter in deinen Kopf, der in den Kopf rumspringt. das ist das Spiel. Das hier ist mit... Oh, lol! Irgendwie grad nicht da, aber... So ein Eisding. Das ist cool gemacht. Der hat so eine Rutsche, dann hat er hier... Das ist eine Rutsche, lol! Also hier... La, wie cool! Hier unten so ein kleiner Dingens... Äh... Ja. Dann kann man das aufmachen. Ja, das kann man hier aufmachen, dann geht es hier raus und dann sind wir hier schon im unteren Geschoss. Komm mal her, wenn man hier... Unteren Geschoss. Ja, ich sehe, ich sehe, kommst hier wieder hoch. Ja, ja. Dann kommst du wieder hoch. Ja, und äh... Was ist der Keller, oder was? Sozusagen? Ja, also ich zeig dir erstmal hier. Hier geht es runter zum Portal. Also ich würde jetzt mal noch weiter... kurz später wird es mehr oder weniger ausgebaut. Alter, das ist nicht richtig nice, das hier mit den Redstern und so. Äh... Nicht Redstern, mit dem roten Ding da. Wenn du durch die Nesser-Partei gehst, würde ich dir empfehlen, durch dieses durchzugehen, weil da kommst du auf einer sicheren Seite auf ein Schweinedorf an. Wenn du dir das angucken willst, dann kannst du das jetzt so machen, aber... Äh... Ich mach's mal lieber nicht. Ich mach's in der nächsten Folge, oder so, Tops, okay? Ja, sag einfach nur, dass du sozusagen von mir gekommen bist, von der Burg Ziegelstein, weil... Alles klar. Ja, ich glaube, ich bin da auch, keine Ahnung, Schweinedorf. Bin kein Schwein, deswegen. Du passt da hier hin, ja. Äh, komm mal mit. Also, hier, wo? Hier sind ein paar Räume. Äh, hier ist Aphrodites Zimmer, aber ich klopfe einfach mal so. Ajo? Aphrodite? Äh, ich weiß nicht, ob sie da ist. Machen wir mal nicht auf, oder? Äh, ist wer da? Aphrodite ist irgendwie nicht da, sie hat sowieso gar gesagt, ich muss so irgendwie Zeug erledigen, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, und hier drüben ist halt einfach der, also hier kommt noch was hin, ja. Ja, keine Ahnung. Äh, hier sind halt, äh, wenn sie gesteckt, also wenn sie auch wieder weitergehen, hier sind Kisten. Kisten, alles klar. Und hier ist einfach so, die Werkstatt mehr oder weniger. Also die Werkstatt, ja. Das Ding ist richtig, weil ich verstehe immer noch nicht bis heute, was das ist da. Damit kannst du sozusagen die Qualität, die doch deine Rüstung und so weiter hast. Achso, du kannst die wieder aufdingen, so meine Rüstung, die war's kaputt. Ja, du kannst sie wie bei Terraria, achso. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon, was du meinst. Äh, und, äh, sonst geht's nicht noch einen Stock oder so? Ja, der schwimmt ja, es geht noch einen Stock nach oben. Jetzt sind's Schilder. Ähm. Hier geht's hoch. In die zweite Etage, die ist momentan mit noch einer Arbeit. Aber, äh, so, das ist richtig viel Dings, Clowns. Ja, äh, das sind die, mehr oder weniger die Anhänger von Dings, und jetzt steh ich mal unten hin und, äh, lobt Preise mich, ja? Lieber Tops, du stinkst. Geh mal ein bisschen weiter zurück. Geh mal runter. Nein, Tops, Tops, ich weiß genau, was du meinst. Woah, lol, ich hab's wirklich, da gestanden, nein, du weg. Ich bin wirklich, ich bin der Ant Bro, okay, Tops, aber der war gut. Ist dir schon mal reingefallen? Ja, ja, Isi ist da reingefallen. Aber lol, das wird richtig nice, das wäre hier so ne coole Halle Boss, äh, oder so, mit, äh, Dings an alles. Das wird noch alles verändert, Alter, ich kann dir sagen, es wird richtig, wow, äh, okay, ich bin gerade irgendwie, nach oben gelangt, mit den Dings, aber es sieht, äh, ganz nice aus ich meckern kann man nicht ich kann hierbei also hier das sind dings allerdings dass das sieht man so auf anhieb nicht aber ich finde das richtig cool magie raum ja kommt dann also weil das ist cool weil das ist cool ich kann ich kann leider nicht schlagen da hat ja leider aber ja alles klar ja auch bin ich wieder weg ja tschüss tubs und wo ich ja fast schrauben tschüss tubs und erst mal was also das haben wir schon 01 abuse den Kopf aus den nicht drei stehen ich kann auch 30 chance kämen oder eins zwei drei vier fünf sechs 7 8 19 11 12 ja ich kann sich ganz ein server ich kann schon sehr so tubs gewehr kurs das ist mein gebiet ich habe einen riesen ich habe einen riesen und dich weißt du es wird es wird ist du willst schon was erleben ja du wirst ich habe ich habe schon aus dem plan ja du weißt du wirst du wirst du willst schon was erleben was du in deinem kompletten leben erleben ja erleben gehasst tun ja du weißt man und ja dann bin ich jetzt mal weg so okay dann will ich jetzt mal sagen ich glaube das war's für die folge lasst unbedingt mal leiden aber da und da müssen unten streng ich an wir schreiben jetzt eher in die kommentare ich hab ins kommentare das war ich hab jetzt richtig cool ich will es richtig cool und langen plan hier in den kommentaren sehen und ja lassen leiden aber und schreibt unbedingt den kommentar ich bin nicht anders so wie die folge folge und ja wie gesagt folge folge haben wir hyper und dinge das habe ich schon erzählt johmai das leiden aber da und würde ich sagen tschau was w w w